Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wunderttausch Video und heute mit neuem Rahmen und einem süßen neuen Pokémon, zu dem ich auch eine, ja ich sag mal, sehr emotionale Bindung aufgebaut habe. Warum? Das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Wir werden aber jetzt erstmal unsere kleine Mission in Angriff nehmen und 30 dieser wunderschönen süßen Arttipps verteilen, die alle den Spitznamen Herr Eisberg tragen. Super geiler Spitzname nebenbei angemerkt. Beste Spitzname Herr Eisberg. Und jeder Englischsprachige wird sich da einfach jetzt dann, keine Ahnung, die Zunge verknoten oder so. Komm schon, ich suche nach Tauschpartnern. Gibt sie mir. Samuel aus Portugal. Aus Liera. Liera. Alles klar. Aus Portugal. Und es ist, oh, Nebulak. Fängt ja schon mal nicht schlecht an. Ich meine, die nächsten, ich weiß nicht, 39 Minuten kann sich das so schnell ändern. Ich könnte jetzt auch einfach eine ganze Box voll mit Zickzacks bekommen. Da bringt mir das wohl das Nebulak einfach überhaupt gar nichts. Hypnose-Schlecker-Aussetzer. Ich glaube, Aussetzer ist die einzige Suchtattacke, wenn ich mich nicht täusche. Suche nach Tauschpartnern. Carlos aus Italien. Ey, diese ganzen Südeuropäer jetzt auf einmal. Wie kommt es? Unglaublich. Ah, Zapladin. Schade, dass du nicht Shiny bist. Uuuh. Sacken. Okay. Sukema Beat. Sukema Beat. Und es ist schon heftig, wie viel jetzt gerade hier mitmachen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass dieses französische Zapladin mit diesem komischen Spitznamen irgendwas nicht jugendfreies ist. Also wenn jemand der französischen Sprache mächtig ist und es wirklich französisch ist, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was da wirklich mit gemeint ist. Und man muss noch nicht mal wirklich in die Kommentare geschrieben werden, ob ich einfach wirklich richtig liege mit meiner Vermutung. Ich meine, ich meine, ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber... Da ist... Also ich habe jetzt bis jetzt noch nichts, worüber ich mich beschweren kann. Bis jetzt alles super. Wasser Tempo Nussmacher Blubstrahl. Und es ist wieder eine Woche vergangen. Ich weiß nicht, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind jetzt schon im 36. Wundertausch. Wir haben jetzt schon die 36. Woche hinter uns. Beziehungsweise laut Kalender ist es gerade die 34. Aber das spielt ja keine Rolle. Oh, Wundertrade Wednesday. Many aus Kalifornien. Wir tauschen mit einem aus der Napping Nation. Mal gucken, was es gibt. Weißt du, und da habe ich jetzt echt an Nappys Community geglaubt. Was kriege ich? PG. Ich meine, gut. Taupsy habe ich jetzt auch noch nicht wirklich oft bekommen. Aber wenn es jetzt ein gutes Taupsy ist, dann verzeige ich dir dein Vergehen nochmal. Aber wenn es jetzt echt so ein Taupsy ist, wo ich denke, nee, komm, das kann nicht sein. Ach so. Na, schön. Hättest du mir ja wenigstens was Gezüchtetes schicken können. Many, ich weiß, wo du herkommst. Pass mal auf. Ich weiß, wo du wohnst. Skylar aus New York. Und ihr könnt euch schon mal jetzt auf die nächste Woche freuen. Da wird es nicht nur ein neues Turnier geben, egal, wieder ein Quapsel. Okay, gut, ich meine, es ist Quapsel. Quapsel ist mir immerhin lieber, als dieses ganze andere Standardzeug. Ihr könnt euch auf ein neues kleines Tutorial freuen. Vielleicht schaffe ich es sogar zwei hochzuladen. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Und, ja, was soll ich sagen? H2O-Absorber. Hm. Neues Tutorial gibt's. Was es genau ist. Bleibt noch mein kleines Geheimnis. Ich meine, es wird nichts Großartiges. Ich sag mal, für die Pokémon-Cracks unter euch wird es nichts Neues sein. Aber ich denke mal, gerade so für Anfänger kann es ganz hilfreich sein. Und baut natürlich auch auf die ganzen anderen auf. Beziehungsweise ergänzt die ganzen anderen auch relativ gut. Und vielleicht mache ich sogar noch das zweite direkt hinterher. Muss ich aber gucken. Je nachdem, wie ich Zeit habe und so. Oh, hallo, Carpador. Ein Jammer, dass ich Arctip gegen Carpador tauschen muss. Und dann gibt's am Freitag auch ein neues Turnier, an dem ich teilgenommen habe. Das ist aber schon etwas her. Deswegen nicht wundern, dass es dann, ne, es ist voraufgenommen. Trotzdem hoffe ich, ich meine, ich nehme die Turniere immer vorher auf. Und lade sie dann hoch, wenn ich dann Zeit habe. Beziehungsweise das andere Turnier jeweils ausläuft. Und im September kommt noch ein zusätzliches Turnier. Also es gibt jede Menge Wi-Fi-Battles. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Dass sich mein Channel so in die Richtung entwickelt. Also, ja. Eigentlich war ja echt nur geplant, dass ich... Oh, Kurtl! Habe ich Kurtl überhaupt schon mal bekommen? Hallöchen! Na, wer bist du denn? Oh. 44 japanisch. Aber Kurtl! Ich kann mich... Ich persönlich kann mich jetzt nicht daran erinnern, irgendwann mal Kurtl getauscht zu haben. Bekommen zu haben. Aber wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass sich der Channel so in die Richtung entwickelt. Weil eigentlich ist ja immer geplant gewesen, ein Wi-Fi-Battle-Video, ein Wundertausch-Video und zwischendurch ein Tutorial. Mittlerweile kommen mindestens drei Wi-Fi-Battles, gar keine Tutorials und ein Wundertausch-Video. Das würde... Ey! Was ist hier los im Moment? Also, ich möchte jetzt mich nicht beschweren, aber... Ey! Das ist echt... Wow! Ich möchte mich alles andere als beschweren. Nur weiß ich, dass wenn ich mich jetzt so richtig hart freue, es gleich einfach wieder... Ich weiß nicht. Komplett anders sein wird. Krass! So, dann verschickt man mal den nächsten Herr Eisberg. So, ich musste eben was trinken, weil sonst... Keine Ahnung, ist irgendwann mein Mund wieder so trocken, dass ich plötzlich gar kein... äh... Ja, gar kein Wort mehr rauskriege. Boah! Mein Gott! Diese Sprachbehinderung in dem Moment gerade. Ach, Libiskus. Okay. Jetzt geht's langsam bergab. Ganz langsam. Oder wir rasen jetzt einfach mit Tempo 150 den Berg runter und kriegen direkt jetzt als nächstes ein Tick-Tacks. Schauen wir doch mal. Machen wir den Wundertausch. Ja. So, und für alle, die jetzt an dem Stream interessiert sind, ich denke, in der ersten Woche vom September, also am 5. September kann es sein, dass ein Stream kommt. Ich muss mir das nochmal überlegen. Ich muss noch gucken, was ich mache. Wird wahrscheinlich eh wieder Wi-Fi-Battles sein. Oder was anderes. Das weiß ich nicht. Das muss ich gucken. Und jetzt tausche ich mit Jenny. Hey, wie kann das sein? Ich habe gerade gesagt. Oder wir rasen einfach den Berg runter und kriegen einfach einen Zick-Tacks. Und Jenny, diese amerikanische Jenny, schickt mir einen Zick-Tacks. Wie geht das? Das kann nicht sein. Ich, ich, ich muss, ich soll, weiß es nicht, also. Vielleicht sollte ich echt einfach meinen Mund halten. Ja, was haltet ihr davon, Leute, wenn ich einfach Wundertausch-Videos mache? Ohne sie kommt, ohne sie, ja, okay. Okay, warte. Nochmal. Nochmal. Was haltet ihr davon, wenn ich Wundertausch-Videos mache, ohne sie zu kommentieren? So. Apple aus Washington. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Komm schon, ich muss, ich muss jetzt wieder was Gutes kriegen. Das kann doch nicht sein, dass ich wieder so einen Zick-Tacks bekommen habe. Der Wundertausch hat so gut angefangen. Okay, Macholo geht, aber der Wundertausch hat so super gut begonnen. Nebulak, Broly. Hat wohl jemand ein bisschen zu viel Dragon Ball Z geguckt. weil Macholo erinnert eher im Moment an Kredin anstatt an Broly. So. Forst Schild auseinanders Spaßkanone. Das ist ein ganz witziges Macholo zum Wegschmeißen. So, komm. Sugami. Look, a Pokemon aus Washington. Aha. Ein Burmi. ein japanisches Burmi. Ich weiß nicht, also mit Burmi kann ich irgendwie nichts anfangen. Ist zwar nicht so dieser Standardkram, aber japanisches Burmi, Schutzschild. Es hat so gut begonnen und dann kam dieses Libiskus und dann habe ich einfach nicht meinen Mund halten können und plötzlich, tja, hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Unglaublich. Falo aus Nieder-Californien. Six versus Six Such Amigos. Dann Knacklion. Ja. Ja. Nicht schlecht. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt schon so gut vorhersagen kann, hätte ich auch nichts dagegen, jetzt so in den nächsten 20 Minuten ein Shiny zu kriegen. Meine Vorhersagen sind gut, also, na. Und ich würde auch sagen, nachdem wir jetzt mal mit dem nächsten hier getauscht haben, werden wir uns mal auch der Frage widmen. Vivian aus Sachsen-Anhalt. Aber Hauptsache ich nur einen männlichen Sprite. Okay. Okay. Ein Kleinstein. Ist auch schon länger her, dass ich einen Kleinstein gekriegt hab. Ach, super. Ist noch nicht mal ein deutsches Kleinstein. Nein, es ist ein englisches Geodude. Schäm dich, Vivian. Schäm dich einfach. So. Wundertausch. Und wir kommen jetzt auch mal zur Frage der Woche, würde ich sagen. Wir haben uns jetzt so lange mit den Arctipps hier beschäftigt. Wisst ihr Arctipps? Das hört sich einfach an wie, keine Ahnung, wenn du im Englischen sagst, Crisps oder was war das noch? Das war Crisps. Das war noch irgendwas. Discs. Arctipps. Noelle aus Deutschland. Jetzt bin ich mal gespannt. Mensch, da ist einer wieder super witzig. Und Hauptsache, ich verschicke ein Wumpel. Ein japanisches Wumpel. Es ist nicht mal mein eigenes, nein, es ist ein fremdes. Warum tausche ich nicht gerne mit Deutschen? Tja. Wird wohl schon seine Gründe haben, warum. Aber um mal kurz auf die Frage einzugehen. welche Städte für euch wirklich cool oder halt auch schön sind. Weil es gibt auch ziemlich viele unschöne Städte. Man bemerke mal Illumina City an. Die größte Stadt, die es bisher in allen sechs Generationen gab und es ist einfach die unübersichtlichste. Kann vielleicht auch am 2,5D-Effekt liegen, aber es ist halt einfach so. Na Oh Gott. Das ist wieder so einer witzig gewesen, ey. Was bist du? Wumpel. Von einem Engländer kriege ich ein japanisches Wumpel und von einem Japaner kriege ich einfach ein englisches Wumpel. Was kriege ich jetzt als nächstes? Keine Ahnung. Oh Gott, ey. Sind auch noch die beiden Pokémon in der Mitte. Was für eine Verschwendung. Diese Arc-Tipps. Also wie gesagt, ich bin immer noch dafür, diese so einen Filter einbauen zu lassen. Ja. Dass man sagt, hier passt auf, hier für den Wundertausch. Da gibt es halt einen Filter. Und dann werden die ganzen Leute ihre beschissenen Wumpel einfach nicht mehr los. Und das ist auch gut so. Klar, Wundertausch, da sind wir noch ein bisschen Glück mit bei. Und... Flapterix! Hallo! Hallo, Mr. Flapterix! Hallo! Mr. Ich bin aus der Uhrzeit und lebe doch noch weiter. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum 13. Ja, nee, zum 13. Letzten Arc-Tipp. So, und jetzt auf jeden Fall zu der Frage, bevor wir jetzt wieder nicht dazu kommen. Ich persönlich, ich bin ja, ich meine, ich bin ja auch ein Kind der ersten Generation. Und ich muss sagen, dass meine Lieblingsstadt in der ersten Generation Prismania City ist. Ich weiß nicht, diese Stadt ist einfach von der Musik her schön. Da kann man viel machen, da gibt es auch das Einkaufszentrum, da kann man super viel einkaufen. Und da gibt es eine Spielhalle. Ich meine, man hat da alles, was man braucht. Man bekommt sogar ein Evoli geschenkt. Man hat auch super viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Also klar, entweder links oder rechts, aber du kannst dir halt Relaxe fangen, du kannst dir die V1 Fliegen holen, du kannst nach Saffronia City gehen. Das ist schon echt cool. Für mich ist das wirklich, auch von den Farben her, ist das wirklich auch meine Lieblingsstadt. Wenn ich in einer Stadt wohnen könnte, die es in der Pokémon-Welt gibt und dann halt auch komplett 1 zu 1 in die reale Welt mit übernommen würde, wäre es Prismania City. Ja. Oder was denkst du da drüber, Rob aus Georgia? Kirlia. Es ist kein Tasla. Ersandte Kirlia. Ich hoffe, ihr seid alle mit eurem Arkt-Tipp zufrieden. Und wie ihr einer von euch kleinen, kleinen, tauscht das weiter. Weil in der Spitzennahme nicht gefällt. Ich, ich werde euch finden und ich werde euch töten. Ich warte ja immer noch auf den Moment, wo ich echt mein eigenes Pokémon wieder zurückbekomme. Wo ich keine Ahnung meinen Wundertausch mache und plötzlich kriege ich einfach mein eigenes Pokémon wieder. Wie wäre das denn eigentlich? Müsste ich denn das Pokémon, das ich bekommen habe, was aber meins ist, wieder normal tauschen? Oder muss ich das denn als neues, bekommenes Pokémon zählen? Kindwurm, es scheint wieder, es scheint aufwärts zu gehen. Drabi, ich brauche einen neuen Trainer für H-Eisberg. Dark-Eye. Just sweet Dark-Eye. Bist du jetzt Franzose oder bist du jetzt Engländer? Ne, du bist auf jeden Fall du bist auf jeden Fall ein Franzose, definitiv. Engländer oder Amerikaner wird mir kein Warblue schicken. Und warum ist Prismaner City überhaupt eine Lieblingsstadt? Ja, wie gesagt, weil ich da alles machen kann, die Farben sind cool, die Musik ist fröhlich, weiß ich nicht. Es ist einfach eine Stadt, wo man sich gerne auffällt. Besser als so eine Stadt wie Lavandia, wo man einfach hingeht und sofort depressiv wird, weil es dann nur so von toten Pokémon wimmelt. Stell dir einfach mal vor, da sind ja die Grabsteine im Pokémon-Turm, aber die ganzen Pokémon sind halt überall so verteilt in Lavandia vergraben. Und nachts geistern ihre umherirrenden Seelen durch Lavandia. und fragen sich wieso. Wieso nur? Warum musst du es so weit kommen? So, Wundertausch ja. Ich glaube das ist das acht letzte Arttipp. Wir haben schon wieder 27 Minuten rum. Ey, wie kann das, wie geht das? Achso, und jetzt finde ich keinen Tauschpartner noch mehr. Ach, Kent. Kent aus Texas. Ja, okay, gut, der Kent kommt aus Kansas. Aber ist Kansas, wo ist Kansas eigentlich? Ist das jetzt was eigenes oder ist das in Texas selber? Auf jeden Fall kriege ich Nassgenäht. Kriege ich auch nicht wirklich oft. Versandte Nosepass. You shall Nosepass. So, ich möchte einen Wundertausch durchführen und der Wundertausch das nächste siebtletzte Arktipp geht an folgende Person. Und jetzt müsste man sich einfach vorstellen, wie so ein Trommelwirbel einfach ist. Sie ist drrrrrr. Drrrrrr. Komm schon, ich kann das nicht lange machen. Drrrrrr. Ach Mann. Komm schon. Ja, wie gut, ich durchziehe, hey. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu Mike aus Wundertausch Sonntag. Wir tauschen mit einer Zuschauerin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, es ist passiert. Es ist passiert. Ein Dino. Oh mein Gott. Das Versandte Daniel Geil Meike Vielen, vielen Dank Für dieses Wunderschöne Kapuno Ich guck mir das jetzt auch nochmal eben an Geil Seht ihr Leute Das meine ich Wenn man einfach Am Ball bleibt Dann kann man mich auch erwischen Mäßig Übereifer Findest du auch Geil Fett Dankeschön Meike Auch wenn ich jetzt nicht weiß Ob du männlich oder weiblich bist Aber vielen, vielen Dank Es ist unglaublich Krass Dankeschön Aber ich sag ja Der Hashtag WTS reicht eigentlich schon Man muss ja jetzt auch noch schreiben Wundertausch Sonntag Sondern wirklich hier Nur diesen Hashtag WTS Das reicht vollkommen aus Dann weiß ich schon Bescheid Und ich hoffe Meike weiß auch Dass ich jetzt Der bin Mit dem sie getauscht hat Okay Das merkt man ja schon In dem relativ originellen Spitznamen Geil Vielen Dank Meike So ich suche nach Tauschpartnern Plötzlich finde ich einfach gar keine mehr Weil die sich jetzt alle denken Nö Mach ich nicht Ah es wurde kein Tauschpartner gefunden Yay Ich muss mir das nochmal angucken Kapuno mäßig und übereifer Chillig Gäste Gut Also ich muss sagen Ich freue mich Cameron Fionne Jawoll Nice Nach zwischenzeitlichen Nach einem zwischenzeitlichen Down geht es jetzt wieder ab Ja man So muss das Dann habe ich auch wieder Bock Auf den Wundertausch Ja Geil Fionne Auf 31 Froh mit Hydration Okay Herr Eisberg Dann Finde mal einen neuen Trainer auf Das Bett Los wieder einmal bluten naja gut es kann nicht ständig auf aufwärts gehen das muss auch wieder runter gehen dann jetzt nicht wieder zwei wampel kommen ja man ok suche nach tauschpartnern mio aus anguilla anguilla das forscherteam war also dort es ist immerhin besser als wingal muss ich einfach jetzt mal so sagen einfach nur die mutter aller pokémon versandte einfach ein pelipper jetzt stellt sich aber mir die frage arz ist ja laut den alten schriften der gott aller pokémon und zwar halt einfach zuerst da und dann kamen alle anderen aber wenn jetzt gesagt wird das new die mutter aller pokémon ist ist ja auch die mutter von arzeus was war zuerst da das arz oder das new schreibt mir das mal in die kommentare würde mich jetzt mal interessieren was ihr so denkt ein so war nicht schlecht gut ja Das war's für heute. Eine japanische Person. Sorry, ich habe gerade voll vergessen, irgendwie was zu sagen. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie, keine Ahnung. Ich war so in Gedanken gerade. Ein Pandion. Versandte Spindar. So. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich war voll, ich war gedanklich voll weg. Ich habe Zoroa bekommen. Und dann ein Liebreiz Zoroa. Wie dieses Zoroa einfach auf mich zukommt und mir einfach zuzwinkert. So. Hallöchen. Maxence aus Frankreich. Bis jetzt auf einmal dauert es keine 5 Sekunden. Zack, habe ich jetzt schon einen Tauschpartner. Und damit wird auch das letzte Arctip verschickt. Und ich muss sagen... Ich muss sagen, der Wundertausch hat sich gelohnt. Alles in allem war es ziemlich rund gelaufen. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mitgemacht haben. Und ich bedanke mich bei Maike für dieses Capuno. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und... Ciao. Ciao.